Musik Habt ihr schon gehört vom neuesten Trend? Der hält ein Fit und kostet keinen Cent. Besonders im Osten schreien sie's in Chören. Und viele Politikers müssen sich's anhören. Die Autos durchstaunt sich im Berufsverkehr. Komm müssen endlich Volksfahrräder her. Neu schnittig, frisch poliert. Und alles natürlich vom Staat spendiert. Mein Fahrrad wird vom Staat bezahlt. I want to ride my Volksfahrrad. Mein Fahrrad wird vom Staat bezahlt. I want to ride my Volksfahrrad. Mein Fahrrad wird vom Staat bezahlt. I want to ride my Volksfahrrad. Der Grund des ganzen Massenaufstands. Kostenloser Nahverkehr war schon lange in Planung. Frau Kanzlerin sagt, das ist doch kein Problem. Das schaffen wir auch ganz bequem. Ein Dynamo ist auch noch mit dabei. Und weil Licht am Fahrrad ist, freut's die Polizei. Mein Fahrrad wird vom Staat bezahlt. Mein Fahrrad wird vom Staat bezahlt. I want to ride my Volksfahrrad. 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 Volksfahrräder. 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 Ein Fahrrad wird vom Staat bezahlt, I want to ride my Volksfahrrad. Ein Fahrrad wird vom Staat bezahlt, I want to ride my Volksfahrrad. Untertitelung des ZDF, 2020